Ja, Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde CSGO Wingman. Nachdem ich beim vorletzten Mal, oder keine Ahnung wie viele Folgen da dazwischen entstanden sind, so schlecht war, wurde ich jetzt zum Aufnehmen verdonnert. Und äh, und äh, da war noch ein anderer. Wo? Wo ist er? Ja, da hinten irgendwo drin, in der Ecke. Nice, Martin. Sehr nice. Ja, ich wollte die Waffe unbedingt wechseln, hab dann den Blick verloren, zu, dass da ja noch ein anderer sein könnte. Aber dass ihr beide halt auf dem selben Fleck hockt, damit hab ich jetzt halt nicht gerechnet. Ah, erstmal reinkommen wieder. Es hat sich nichts verändert seit dem letzten Mal. Das letzte Mal CSGO spielen war das letzte Mal CSGO spielen. Ich hab danach nicht mehr weitergespielt oder so. Also ich bin immer noch genauso schlecht und deswegen muss ich immer noch. Natürlich. Deswegen, wie gesagt, muss ich jetzt aufnehmen. So sieht's aus. Erstmal Pascal Stegel gerissen. So, wir sind auf Inferno unterwegs, ne? Äh, maximal in der Kevlar kaufen wir nicht. Sonst machen wir es erstmal. Muss erstmal reinkommen, ich bin doch gar nicht bereit, dass es jetzt schon losgeht. Ist das nicht Warm-Up jetzt hier gerade? Ja, das ist leider kein Warm-Up. Oh, Martin, hol ihn. Nein, das gibt's doch nicht. Alles cool. Alles cool. Ja. Ich hab deine MP gesichert. Ja, ist okay, ist okay. Gehört dir, hast du verdient. Jetzt holen wir uns mal hier ein Dings. Was soll denn das? Ich bin noch ein bisschen langsam mit kaufen. Puh! Der Red ist gut gefressen, auf jeden Fall. Oh nein, scheiße. Wie konnte ich den nicht treffen? Ah, durchgeflogen wie so ein Engel, eh. Ui. Okay. 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 Lassen wir's. Einer da, einer da. Hab ihn. Okay, Fabi, hab ich nicht gesehen. Einer oben, noch. Einer oben. Am Balkon. Hab ihn. War dir noch beide da, oder nur noch einer? Ja, wir waren both da. Alter, wie ich die? Ja, ja, ja. Ja, ich hab keinen. Endgegner, Anhänger. Teil 2. Hinter uns. Was ist hinter bei mir? Der hat gut gefressen, auf jeden Fall. Der hat gut gefressen, auf jeden Fall. Der hat gut gefressen, auf jeden Fall. Der hat auch. Der hat auch. Das gibt's doch nicht, ey. Achtung, beim Spawn. Beim Spawn. Beim Spawn. Alter. Nein! Ich hab fast geholt, Alter! Hey, wie hast du jetzt, du hast damals mit der AK doch ein bisschen anlegen können, oder? Oder fühl ich mir das ein? Nö. Aber ich hab dich fast geholt, oder? Ich bin überhaupt noch nicht drin, ey. So viel warst du? Ich hab jetzt die beste Chance, mich richtig zu massakrieren. Boah, schade, ey. Licht. Ich hab mal ne kleinere Sprache, und was ich... Hinten, hinten durch, weiß. Alter. Du machst einen Lucky Gun. Ja. Wenn ich mir jetzt schon Matja kassiert hätte, okay, ja. Hey, was? T-T-T-T-Tinder carried das Team, das haben wir so ausgemacht. Was ich halt gar nicht mag, ist halt echt. So. Fanaten arbeiten, gell. Ja, ich hab aber leider nicht alle Tasts belegt gerade. Das macht's ein bisschen... Hoch. Nein! Oh! Boah! Ach, Mann ey, fuck. Das geht halt so schnell, ne? Boah, das war dumm. Boah, perfekt getroffen, ey. Hab ich dich getroffen mit der Flash? Gut geflasht. Ja, und ich bin zu früh raus, sonst hätte ich das natürlich nutzen können. Das war natürlich dumm von mir. Let's go! Throw in a decoy! Decoy! Throw in a flat rank! Ah, dammit. Oh, verdient er! Oh! Yes! Er hat mich. Ah, mich hat er auch. Ja, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Also, ich fühl mich auf jeden Fall noch nicht eingespielt. Aber, weißt du, das ist der Aufnahmedruck einfach, weißt du? Äh, versteh ich. Weißt du, wir haben noch die Facecam an... Bei mir auch. Bei mir auch. Und alles, 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 alles. Stingst mich. Ach so, jetzt hab ich... Ja, wird schon passen. Move it, move it! So, rush nicht zu viel vor als CT. Bei mir, lang. Hinter hat gut gefressen. Beide bei dir? Oh, der eine hat er irgendwo ordentlich, aber ja. Am Balkon oben, am Balkon oben. Er hat gut kassiert, er hat gut kassiert. No! Ah! Alter! Geil! Ich spiel nur noch mit Ray. Ja, ich hab gedacht, ich hab sogar noch Treffer gesetzt. Ne, mach nicht so. Ja, du hast mich glaub ich auch noch mal getroffen. Ey? Das hat mir nix angezeigt, auf jeden Fall, aber... Oh, ich hab den vergessen. Nein! Weg! Heftig, ey! Okay. Hatte ich halt auch nicht mehr so viele, also... Ist denn oben? Oh! Oh! Das war's. Wollen wir hier? Der andere dürfte aber outers sein. Aufpassen, oben mal den. Da war oben. Seckst du, dass da unten keiner reingeht? Ja. Perfekt. Hinten! 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 Alter, hab ich gezielt, ey! Wie kann man so daneben ballern? Ja, bei mir auch. So auf Bombspot, ne? Ja. Brau nicht mehr. Ich dachte, der war da. Ist normal die Bombe nicht gedeckt. Wer ist oben? Die Bombe. Fuck, ich hatte halt keine Zeit mehr. Ja. Ja, nee, nee, klar. Deswegen, das haben wir jetzt einfach auch taktisch... Das haben wir jetzt auch taktisch zu Ende gespielt, Alter. Echt? Ja, okay, ja. Muss mich erst wieder dran gewöhnen. Ähm. Boah, ich mach mal ne... Barrunde, ja. Woran erkennt man, dass ich nie wirklich CSGO gezockt hab? Richtig, ich hab keine Skins. Ja, Skins ist das Must-Have eigentlich im Game, ne? Ja, da wärst du gleich besser. Anscheinend. Also überleg mal, hätt ich Skins, wie gut ich wär. Okay. Bombe bei mir. Okay. Steht er da direkt vor der Tür. Wo ich grad mit unten eh bin. Ist bei mir. Okay. Bleib da, bleib Bombspot einfach. Geh auf Bombspot, bitte. Bombe ist bei mir oben. Ach, die kann man nicht mehr wegschießen. Okay. Boah. Nice. Muss aber sagen, ist halt ne CT-Map auch, ne? Also... Ja. Das könnte jetzt schwierig werden für euch. Ah, deswegen würde ich auch sagen... Move it, move it! Irgendwie sind hier viele Maps. Gerade ein Wingman CT-lastig. Nice! Ich hab ihn gut erwischt. Ah, ich hab ihn nochmal erwischt. Uh, aua. Ich hab ihn auch nochmal getroffen mit AK auf jeden Fall. Wir müssen eigentlich bei dir sein, weil hier ist der ganze nicht lang gekommen. Sieh das immer noch so drin haben hier. Boah, Alter, Tita hat mich umgelegt, ey. Nice. Bombe liegt bei mir. Scheiß Granate. Ja, aber halt hier einfach einen Blick. Oh, ich hab verzogen. Ich depp. Ja, der ist oben. Nice, Martin. Die Granate liegt im Gang. Ne, ne, beschützt die Bombe. Alles cool. Der muss zu dir kommen. Ja, ich weiß jetzt noch nicht woher. Achso, meinst du? Ich glaub, Tita hat noch nichts gefressen. Mit Einschuss. Alles. Alter, du hast immer gut gegeben. Alter hab ich verzielt, ey. Ja, ich aber auch, aber ich hatte halt schon gut am Anfang gefressen. Ich hatte noch 12, aber ich hab von Fabian noch keinen gefressen gehabt. Ja, das gibt's die Rückrunde, jetzt fangen wir dann als CT an, ne? Und dann... Okay. War das klar. Ich bin immer noch nicht so wirklich drin. Ich auch nicht. Ich war noch nicht drin. Ja, gut. Ich auch nicht. Was sind wir als CT? Ach Gott, ey. Alles klar. Also, es geht schon direkt los, perfekt. Ist gut. Ach komm. Das geht das mal. Okay, ich bin mir relativ sicher, dass die oben lang gehen. Diese scheiß Glock. Ja, die Glock ist echt scheiße. War nur einer. Bei mir einer. Fabi hat ordentlich passiert. Ja, zieh dich zurück, zieh dich zurück, zieh dich zurück. Boah! Yeah! Bleib da. Schönes Trefferbild um den drum geschossen. Bleib da. Glaub, umläuft. Ja, geht da. Glaub, umläuft. Ja, ist okay. Glaub nämlich nicht, dass er da nochmal kommt. Ja, ich glaube, umläuft. Jetzt geht er. Er ist um. Ach. Ach. Ach, ich irgendwie... Bin ich... Bin ich wahr, Mann? Ich merke das so richtig. Irgendwie, so blöd es jetzt klingt, aber... Das ist halt echt irgendwie... Wenn du weißt, wie es sich anfühlt, wenn du irgendwie drin bist. Ja, ja, ja. Ja, ist es, ne? Ja, ja. Come on, come on. Chop, chop. Come on, come on. Chop, chop. Na den? Ja. Ja. Ist einer bei mir? Sind oben beide. Können unten rausgehen. Nein. Hab ich, hab ich. Mit der Diegel, Alter. Okay, jetzt hat er ich. Nice, Mann, nice. Er ist jetzt da, wo ich jetzt lang gehe. Granate liegt lang, da. Ist ja aufgesangt. Da hab ich jetzt aber gezögert, ey. Uh. Yeah. Gezögert. Nennen wir es mal gezögert. Ja, weißt du, ich stehe jetzt unter Aufnahmedruck. Ich muss alles, was nicht perfekt ist und unsere kritischen Zuschauer als nicht perfekt erachten, muss ich auch dann direkt entschuldigen, ja. Natürlich. Beide bei mir. Ja, nice. Ey, Tinder, weißt du? Eiskalt, ey. Wenn es der Ray gewesen wär, Mann, dann wär's ja okay. Du kriegst auch keine Kohlen für irgendein... Na, mit der MP auf die Range ist halt schwer. Ja, das stimmt. Na, da haben wir alles, okay. Alter. Rumpel bei mir. Du warst doch voll geflasht, oder? Ja. Ja, ja, ja. Wie hast du mich gekillt? Wir haben wieder da hinten gekämpft, gerade. Alter. Ähm. Ich hab dich gerochen. Du hast dich gerochen, ne? Ich hab das neue Geruchsmodul und da du ja vor der Aufnahme gesagt hast, dass du nicht schick bist, wusste ich schon direkt, okay, ich kalibriere mein Geruchsmodul auf Stinke, Fabi, und dann lief das. Nice. Hab's verstanden. Ja. Ah, ich hab ja gut gezogen auf jeden Fall, oder? Keine Ahnung. 60, äh, 40 oder so. Pff. Hm. Rampi, bei mir. Halt's Maul. Halt's Maul, jetzt sitzt da vorne, wo ich grad eine Granate werfen will. Oh, das war so lucky, ey. Hast du gesehen, dass die Bombe plötzlich weg war, oder wie? Nö, ich hab gedacht, du wirst ja da schon kommen, wo die Bombe ist. Andere Wahl hast du ja nicht. Ich hab die um die Kurve aufgenommen, die Bombe, weißt du? Also ihr habt die nicht gesehen, plötzlich war die Bombe weg. Was verziehe ich heute so krass? Ich hab ihm 63 Schaden gemacht, auf jeden Fall. Kann sein, dass er oben kommt. Guck mal hinten einfach. Ich hab die Seite hier. Wo oben raus geht. Ja, oben raus aus dem Balkon. War nicht verkackt. Ist er rausgesprungen, weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Nein! Ich hab den Step, ich meinte, ich hab vorher gedacht, dass ich den Step oben gehört hab, nicht unten. Ich dachte, er wär rechts hinter. Okay, nee, dann hab ich das einfach übelst falsch gehört, muss ich ganz klar sagen. Das hat dir für mich so angehört, wie wenn der Step oben war. Und deswegen hab ich den nur noch nach oben gezählt und gar nicht mehr unten beachtet. Ja, mein Fehler. Alter, gibts nicht weiter. Nein, ich bin irgendwo in der Konsole. Oh. Lang, lang sitzt er, lang sitzt er. Unten. Hab ihn gesehen. Hat er gesessen, hat er gesessen. Alter. Hattest du die Bombe? Ähm, Falldämpfer? Welche Waffe ist denn das, muss ich sagen? Äh, die musst du haupt irgendwo woanders auswählen. Äh, vorher auswählen irgendwie. Dass du die kriegst. Und hätt ich die gut sehen können dann im Punkt, ne? Ja. Also, ob du schon so schnell da bist! Uuuuh! Lol! Let's go! Ja, das ist halt das Krasse in diesen kleinen Maps, wie schnell man, ich bin halt das noch bei Inferno so gewöhnt von der großen Map und da bist du halt schon noch lange nicht da. Ah mein, ja. Yes! Ja, das war jetzt einfach mein absoluter Fehler, ey. Ah! Ich hab ihn zwei Runden geholt. Ja, ja. Immerhin, oder Marlin? Das kann man, ist nicht schlecht. Ja, das war jetzt, ich, 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 also ich wusste halt nicht, wenn du durchrushst, dass du tatsächlich so schnell da schon, das hab ich voll verrückt. Falsch getimed einmal. Aber Fabi, diesmal ein bisschen defensiver bleiben, ne? Ja. 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 Okay. I try, I try. Let's go! Throw where the floodlight! Le Mouve! Oh! Oh! Ich krieg Shots! Lang! Was? Du hast mich gesehen? Ja, ich. Durch die Tür, hä? Ich zieh' ich zurück, zieh' ich zurück. Kann man da durch den Beton schießen, oder wat? Jetzt kannst du wieder. Okay, der ist unten, eben Rock da drin. Nein, ich zieh voll daneben! Oh, der ist unten drin! Nein, jetzt mal den. Oh! 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 Oh no, der ist unten in der Hand, alter! Ah nice! Oh, der ist unten drin! Hm, över- Wie kann der? Ja, das mach ich mittlerweile auch. Seit du das einmal mit mir gemacht hast, guck ich da immer rein. Da hast du mich mal so genervt mit... Wo rennst du denn schon wieder hin? Wieso? Sie sind daran schlecht? Bei mir unten. Oh, fuck. Der war schon wie viel weiter vorne. Woher hat der mich jetzt gekillt, bitte? Weiß niemand. Oh, fuck it. Viel zu langsam mit diesem Granatenscheiß und allem. Weißt du, wo er ist? Keine Ahnung. So ein Scheiß-Bot. Oh, ich hab den... ich hab ihn. Alter, wie hart. Ey, du hast dich aufgetroffen, Mannin. Ja, und ich hab voll oft verzogen, ey. Ja, ich hab auch daneben geschossen. Also, Tinder hat's auf jeden Fall gecarried. Ja, auf jeden Fall, Mann. Ja, echt gut gespielt, ey. Uff. Ja, das soll eine weitere Runde CSGO Wingman gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Und, äh, ja. Bis Ende. Tschau, tschau. Tschüss. 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 Vielen Dank.